Sehr verehrte Damen und Herren, gerne möchte ich Sie zu einer generationsübergreifenden Initiative für unsere Kinder einladen, und zwar zur Unterstützung der Initiative Singen in Kindergärten und Grundschulen. Ziel der Initiative ist es, dass in absehbarer Zeit in jedem Kindergarten und in jeder Grundschule eine starke Gruppe von Seniorinnen und Senioren, die gerne singen, ehrenamtlich die Kinder als Singpaten zum Singen begeistern. Bei den 80.000 Kindergärten, die wir zurzeit in Deutschland haben und entsprechend vielen Grundschulen, ist es Ziel der Initiative, 500.000 Singpaten zu gewinnen. Das ehrenamtliche Engagement von Singpaten kann natürlich niemals die notwendige musikpädagogische Qualifizierung von Erzieherinnen und Lehrern sowie die Einbeziehung von Musikpädagogen in den Bildungseinrichtungen ersetzen. Ihr Beitrag ist immer ergänzend zum Ganzen. Aus jahrelanger Erfahrung können wir sagen, Singpaten in Kindergärten sind ein Gewinn für alle Beteiligten. Zuerst natürlich für die Kinder, aber auch für die Erzieherinnen und die Eltern und natürlich haben die Singpaten auch etwas davon, nämlich ganz viel Freude. Warum dieser Aufruf? Kinder, die singen, haben mehr Chancen im Leben. Lord Menuhin sagte, Singen ist die eigentliche Muttersprache des Menschen. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse besagen, alltägliches Singen, spielerisch, bewegungsorientiert und vor allem freiwillig, als direkter Ausdruck der eigenen Gefühle, ist für Kinder im Kindergartenalter und im Grundschulalter ganz natürlich und vor allem für ein gesundes individuelles und soziales Leben unersetzbar. Gemeint ist also ein psychophysiologisch gesundes, bewegungsorientiertes und musikantisches Singen. Kein Singen auf Leistung hin, das erwächst sowieso ganz selbstverständlich aus der Freude am Singen. Nach allen heutigen Erkenntnissen hätten wir die Pisa-Problematik nicht in diesem Maße, wenn unsere Kinder alltäglich singen würden, so wie das in Finnland noch normal ist. Tägliches Singen fördert bei Kindern wissenschaftlich erwiesen messbar ihre Entwicklung insgesamt hin zur Schultauglichkeit. Es fördert ihre psychische Gesundheit und emotionale Intelligenz, ihre Sprachentwicklung und das ist besonders wichtig für die Verbesserung der Chancengleichheit von Kindern aus unterprivilegierten Schichten. Durch Singen wird aber auch die gesamte kognitive Entwicklung von Kindern gefördert. Darüber hinaus ihre allgemeinen Sozialfähigkeiten, besonders die kommunikativen Fähigkeiten sowie ihr Verantwortungsgefühl und ihre Hilfsbereitschaft. Dazu kommen ihre Fähigkeiten, Selbstvertrauen zu entwickeln und Gelassenheit und Zuversicht. Ihre Fähigkeit, Aggression sowie andere negative Gefühle konstruktiv zu wandeln. Da hat Singen ganz besondere Potenziale. Und Singen fördert die körperliche Gesundheit der Kinder insgesamt und besonders ihre koordinative Entwicklung. Singen bietet also im Kindergarten besonders gute Möglichkeiten, Kinder mit Migrationshintergrund zu integrieren und ihre Sprachentwicklung zu fördern. Darüber hinaus kann man im gemeinsamen Singen auf einzigartige Weise schöne gemeinsame Erlebnisse von behinderten und nicht-behinderten Kindern gestalten. Wir können insgesamt wissenschaftlich begründet sagen, Singen ist für eine gesunde Entwicklung von Kindern unentbehrlich. Aber wie ist die tatsächliche Situation im Kindergarten- und Grundschulalltag heute? Tatsächlich finden wir in diesem Feld der alltäglichen Singkultur unhaltbare Zustände. Erstens können heute nur noch die wenigsten Kinder in Deutschland singen. Denn zweitens wurde seit 40 Jahren das Singen schrittweise weitgehend aus der Ausbildung von Kindergarten- und Grundschulpädagogen gestrichen, weil man es zu der Zeit noch nicht besser wusste und in der Folge des Missbrauchs des Singens durch die Nationalsozialisten das Singen generell skeptisch betrachtete und irrtümlicherweise das Kind mit dem Bade ausschüttete. Heute können in der Folge dieser bildungspolitischen Fehlentscheidung maximal noch 20 Prozent der Erzieherinnen und noch weniger Lehrer Kinder zum Singen begeistern, weil sie es selbst nicht mehr lernen durften. Allerdings muss man auch sagen, verfügt man erst seit Kürzestem über gesicherte wissenschaftliche Fakten über die entwicklungsfördernde Bedeutung des Singens für Kinder. Deshalb ist es wichtig, dass das Erlernen der Fähigkeit des Singens im oben genannten Sinne in allen Bundesländern als ein Teil des Rechtes auf Bildung anerkannt wird und in den entsprechenden Ausbildungsrichtlinien von Erzieherinnen und Lehrern angemessen berücksichtigt wird. Deshalb möchte ich Sie von dieser Stelle aus herzlich einladen, sich zu engagieren in der Initiative Singen in Kindergarten und Grundschulen, ob Sie das nun tun als Singpate, als Singpatin oder mit einer kleinen Spende oder sonst wie. Es gibt viele Möglichkeiten. Wenden Sie sich gerne an uns. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.